Mehr als drei Viertel unserer Stroms erzeugen wir in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen. Und bis 2030 sollen es fast 100 Prozent sein. Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie und Biomasse sind dabei wichtige Bausteine. Strom rund um die Uhr und das ganze Jahr, darauf achten wir. Dafür müssen wir Strom auch klug steuern und verteilen. Sicherer, sauberer und leistbarer Strom aus Österreich. Dafür arbeiten wir. Österreichs Energie.